Ich will nicht wählen, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber dann habe ich gehört, dass Sie nie wählen. Das heißt, noch nie gewählt haben. Nein! Nein! Für jemanden, der politisch engagiert ist, ist das merkwürdig, oder nicht? Ich bin politisch engagiert, darum wähle ich nicht. Kann man das erklären? Analysieren. Es ist sehr schwer, es dauert sehr lange, weil ich mich noch nie entscheiden konnte für eine Gruppe, die ich mag, also Individualist ist ein blöder Ausdruck, ist ein scheiß Ausdruck. Ich kann ja nicht, ich kann auch kein Gruppensex machen. Vielleicht mag ich das, aber ich kann ja nicht. Aber das ist keine Verachtung des Gruppensexes. Keine Leute, oder was? Nein, gar nicht. Wenn ich mich nur noch, dass ich mich nicht Carne学ierze habe. Versuch ich ja nicht. Ich kann ja nicht. Dassel ich mich nur noch ein paar Jahre her, oder was? Ich kann ja nicht. Vielen Dank.